Hallo, herzlich willkommen in unserem Fitness Channel. FitZone powered by Intim. Ich habe heute was richtig Gutes für euch und zwar Thema Trainingstechnik. Trainingsplan rechten schön, das kann Pit4 sein, das kann HFT-Trainingsplan sein, Supersätze, Reduktionssätze, was es da alles gibt. Wichtig ist aber, dass immer vor dieser Trainingsmethode sollte die Trainingstechnik stehen. Und da gibt es einen ganz wichtigen Spruch, den müsst ihr euch ganz, ganz, ganz gut merken. Der ist wie ein roter Faden durch Mr. Thies' Beratung und zwar Technik vor Last. Es geht beim Krafttraining nicht darum, Hauptsache Gewicht irgendwie von A nach B geschnitten. Das gibt es woanders, aber nicht bei mir.